Hallo und herzlich willkommen, schön dass ihr zurück seid bei Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion Und jetzt machen wir etwas Hauptstory, nachdem wir mal der dunklen Bruderschaft und der Liebesgilde beigetreten sind Denn der Vater Morgenröte, den werden wir nun beschreiten Und ja, jetzt müssen wir mit Joffrey, also Joffrey hat gesagt, dass wir mit Boris uns treffen sollen Und er könnte vielleicht etwas sagen, wo das Amulett sein könnte Mal sehen So Da sind wir jetzt im Elfengartenbezirk, hier waren wir ja auch noch nicht Aber es sieht manchmal ziemlich gleich aus Okay Und wo ist der? War das Baurus? Nein Aha Hier ist Baurus Setzt euch, sagt kein Wort, tut was ich euch sage Okay Hört zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm Okay, ich bin bereit, wenn ihr es seid Gut, denkt daran, wartet ab, bis er mir folgt Ich möchte sehen, was er tun wird Okay, er brüllt hier rum Ist das einer von der mystischen Morgenröte Das war wirklich einer von der mystischen Morgenröte Wir haben ein merkwürdiges Buch über den Kult der mystischen Morgenröte gefunden Ich sollte es Baurus zeigen Das Gift nehmen wir auch mit, genauso wie das Gold, okay Der feindliche Agent, der Baurus angegriffen hat, ist tot Ich sollte herausfinden, was Baurus über unsere Feinde in Erfahrung gebracht hat Gute Arbeit, übrigens, ich freue mich, euch zu sehen Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt Okay, was habt ihr herausgefunden? Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt Sie verehren anscheinend den Dädra-Fürsten Merunes Dargon Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt Ich vermute, das haben sie gemerkt Hm, okay, das Amulett ist im Besitz des Feindes Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Die Dinge stehen schlechter als ich dachte Ja, aber ich habe Oriels Erbe gefunden Talos sei Dank, er lebt Martin Septim, sagt ihr Wir werden ihm zum Thron verhelfen Das ist die heilige Pflicht aller Klingen Ja, was ist unser nächster Schritt? An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte Tamina heißt sie, sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad Möge euch Talos leiten Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität Soll alles über dätrische Kulte wissen Die könnte uns wirklich helfen Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen Was braucht ihr, Freund? Was? Der hat sich ja ziemlich schnell teleportiert So, okay, geheime Universität Ja, da habe ich studiert, wisst ihr Boah Das sieht ja cool aus Was ist los? Nix, nix Ein Kampfmagier Tormina Ähm, Kaiserstadt erstmal Zu groß für mich Laut, dreckig Clowns, Narren, Tiere und Diebe überall Wenn ich mein Gold wegwerfen möchte Versenke ich es einfach im Romaresee Spart Zeit Hm Na Bei der Magier-Gilde läuft eigentlich alles wie gehabt Aber wir haben seit der Ächtung der Totenbeschwörung Ziemlich viele Mitglieder verloren Okay Und jetzt mal die mythische Morgenröte Ihr kennt sie? Einer der geheimnisvollsten und verschlossensten aller Dädrischen Kulte Es ist nicht viel über sie bekannt Sie folgen den Lehren von Mankar Kamuran Den sie ihren Meister nennen Selber eine schattenhafte Gestalt Ich habe eines ihrer Bücher gefunden Ähm, nein, ich muss die mythische Morgenröte finden Nach ihnen suchen, wie? Dort würde ich meine Nase nicht tiefer hineinstecken Offizielle Angelegenheiten und so Ich arbeite schon lange mit den Klingen zusammen Keine Sorge Sagt nichts mehr Auf jeden Fall dürfte es nicht leicht sein, sie zu finden Ich habe selbst ein wenig in den Schriften von Mankar Kamuran gelesen Zumindest in denen, die ich auftreiben konnte Aus dem Text wird klar, dass es vier Bände der Erläuterungen von Mankar Kamuran gibt Aber ich habe bislang nur die ersten beiden gesehen Ich glaube, dass der Text versteckte Hinweise über den Ort enthält An dem sich der geheime Schrein der mythischen Morgenröte für Merunes Dagon befindet Wer diesen verborgenen Weg findet, erweist sich als würdig In die Reihen des Kults der mythischen Morgenröte aufgenommen zu werden Die Suche nach dem Schrein ist die erste Prüfung Wenn ihr ihn finden wollt, braucht ihr alle vier Bände der Erläuterungen Und wo kann ich diese Bücher finden? Hier, ihr könnt Band 2 aus der Bibliothek haben Geht bitte vorsichtig damit um Wie gesagt, den dritten und vierten Band habe ich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen Fragt doch bei der Erstausgabe nach, drüben im Marktviertel Erstausgabe, okay Das der Eigentümer kümmert sich besonders um fachlich versierte Sammler Vielleicht hat er eine Idee, wo er diese Bücher herbekommen kann Das machen wir doch gleich mal, nachdem wir hier nach Mankar Kamuran gefragt haben Das mutmaßliche Oberhaupt des Kultes der mythischen Morgenröte Er hat die berüchtigten Erläuterungen zum Mysterium Xarxes verfasst Die Erläuterungen entstanden zu Lebzeiten von Tiber Septim vor über 400 Jahren Es ist also recht unwahrscheinlich, dass er noch lebt Doch man kann nie wissen Hm, Mysterium Xarxes Mythische Morgenröte Mythische Morgenröte Hm, okay, dann schauen wir doch mal in der Erstausgabe nach Es war schön, mit euch zu sprechen Lasst es mich wissen, wie eure Suche nach der mythischen Morgenröte weitergeht Okay Dann ab zum Marktbezirk Einfach mal eine Tour durch die Kaiserstadt hier Während wir den Hauptquest machen Muss man ja auch nochmal betonen, wir machen jetzt den Hauptquest Also beschwert euch nicht mehr, dass wir zu viele Nebenquests machen Die ich aber auch ziemlich interessant finde Okay Jetzt müssen wir wohl erstmal warten Warten wir vier Stunden ab Dann so um neun müsste man ja eigentlich Als Buchladen geöffnet haben Äh, wer ist denn das? Oh, hallo Ontus Warnin im Ruhestand Bin lang wach und lese schlechte Bücher Mich interessieren die Angelegenheit der Magiergilde nicht mehr Aha Schönen Tag Ja, ist mir so aufgefallen wegen seinem weißen Gewand Naja Okay, Erstausgabe Ja? Gut Habt ihr schon von Quatsch gehört? Man sagt, Daedra kamen aus Oblivion und brannten die ganze Stadt auf die Grundmauer nieder Ja, aber dann kamen wir Mysterium Xerxes Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xerxes von Mankar Camoran Eine häufige Fehlvermutung Das gesamte Werk besteht aus vier Bänden Die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern Ich benötige die Bände 3 und 4 Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt Verzeiht Gwinas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen Erläuterungen Band 3 Es tut mir leid, aber ich kann es euch um keinen Preis verkaufen Ich habe das Buch schon einem anderen Kunden versprochen und mein Wort gilt Gut Erläuterungen Band 4 Ich wollte, ich hätte ein Exemplar, aber ich habe noch nie eins gesehen Gwinas Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war ganz begierig darauf, Band 3 der Erläuterungen von Camoran zu bekommen Kommt extra aus Valenwald hierher Nun ja, er wollte das Buch abholen und jetzt ist er spät dran Ihr könnt hier warten, wenn ihr selbst mit ihm sprechen möchtet Ja, das können wir Schönen Tag So, jetzt warten wir Und warten Und warten Und das kann ja noch ewig dauern Hm Ist das vielleicht Gwinas? Ah, Gwinas Es tut mir leid, aber ich bin schon spät dran für einen Termin Ich habe jetzt keine Zeit Okay, wir laufen ihm mal voraus Okay Hallo Ja Okay Also Erläuterungen Band 3 Seid ihr mir etwa gefolgt? Lasst mich in Ruhe, das ist mein Buch Hm Erzählt mir vom Kult der mythischen Morgenröte Die mythische Morgenröte Seid ihr Ich meine, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet Ich weiß nichts über einen Kult Ähm, stellt euch nicht dumm Nun gut Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Manka Kamuran vertraut seid Ich weiß, dass daedrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Daedra-Anbetung einiges zu bieten Sie haben den Kaiser getötet, du Trottel Was? Die mythische Morgenröte hat Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung Ich meine, ich wusste, dass das ein daedrischer Kult ist Die Ansichten von Manka Kamuran über Merune Stargon sind faszinierend Sogar revolutionär Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen Ihr solltet mir dieses Buch besser geben Ja, aber natürlich Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt Ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun Hier Band 3 gehört euch Was ihr damit tut, ist eure Sache Das war ja aber ziemlich leicht Ich benötige auch das vierte Buch Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet Wie er sich selbst nannte Hier Nehmt diese Notiz von ihnen Hier steht, wohin ihr gehen müsst Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben Okay Das war aber wirklich erstaunlich Einfach Schauen wir auf die Karte Elfengartenbezirk Ich will erstmal die Notiz lesen Wer ist das? Idios Hain Kann ich euch helfen, Burger? Hm, nein Weiter Ja Weiter Gut Notiz Irgendwas Wo war die Ähm Notiz von Quinas Quinas Ich mein Exemplar Ich mein Exemplar an euch weiter Sofern ich euch für Würdig Erachte Studiert die ersten drei Bände von Des Meisters Schriften Sucht so gut ihr könnt nach den verborgenen Bedeutungen in seinen Worten Wenn ihr so weit seid, kommt zu den versunkenen Abwasserkanälen unter dem Thalusplatz in der Kaiserstadt Kommt allein, folgt dem Haupttunnel, bis ihr den Raum mit dem Tisch und dem Stuhl erreicht Setzt euch dorthin, ich werde euch dort treffen, euch das geben, nachdem ihr strebt, der Förderer Okay Dann mal los Müssen wir hier lang Was ist los? Sieht so aus, als Müssten wir aber diese Schriften lesen, oder Was auch immer Gehen wir jetzt zu Lothop Rhodes Nehmen wir jetzt auch noch Hilfe an? Wir sollen noch alleine kommen Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen Was habt ihr herausgefunden? Mythische Morgenröte Sie werden für den Mord am Kaiser büßen Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit Okay, mythische Morgenröte versammelt Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen Gute Arbeit Wir müssen also dieses vierte Buch finden Wenn Tamina recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden Auf geht's, diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut Aha, du Kanalratte Abwasserkanäle Die Abwasserkanäle verlaufen unter der gesamten Kaiserstadt In jedem Bezirk gibt es Zugänge Die Klingen nutzen sie dann und wann bei geheimen Vorhaben Und sie können sich so in der Stadt bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen Okay Folgt mir Ich weiß, wie man zu dem Teil der Abwasserkanäle gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen Gut, das machen wir noch Ich möchte natürlich nicht zu lange überziehen Aber ich habe dann Angst, dass wir den guten Baurus dann nicht mehr finden Und darum gehen wir schon mal mit ihm mit Okay Und dann werden wir in der nächsten Folge mal sehen Ob das gut gehen kann oder ob das in die Hose geht Okay, bis dahin Ciao, ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020